jeder mensch ist ein einzigartiges sexuelles wesen wie deine sexualität funktioniert hängt von den anlagen ab die du mitbringst aber auch von all den erfahrungen die du im laufe des lebens gesammelt hast also davon wie du gelernt hast etwas als sexuell relevant für dich wahrzunehmen schauen wir uns das system der lust an emily nagoski amerikanische sexualwissenschaftlerin und autorin beschreibt in ihren buch publikationen und in ihren forschungsarbeiten sehr anschaulich wie unser gehirn in sexueller hinsicht funktioniert sie erklärt es wie folgt in jedem gehirn gibt es zwei unterschiedliche systeme die für die sexuelle erregung relevant sind und beide systeme sind permanent aktiv und suchen seine umgebung danach ab was sexuell relevant sein könnte also wie so ein radar wenn sein system der sexuellen erregung auch ses genannt ein solches relevantes signal wahrgenommen hat gibt dein gehirn den impuls erregung als erfasst und bewertet also alles was dich antörend wir können auch sagen dieses them ist wie ein gaspedal für die produktion von lust wie sieht es jetzt aus mit dem system der unlust also parallel und völlig unabhängig davon läuft nämlich noch ein anderes system ab ja das system der sexuellen hemmung oder inhibition auch sys genannt und dieses system erfasst alle signale außerhalb und innerhalb deines körpers die dir den impuls geben jetzt bitte nicht sexuell erregt sein sofort abhörnen das zum beispiel nützlich wenn du krank bist wenn plötzlich die mutter ins zimmer kommt während du gerade was anderes machst so also das ist dein system der sexuellen bremse und sexuelle erregung besteht also aus zwei prozessen nämlich aus der aktivierung des gaspedals und aus der deaktivierung der bremsen und dein grad also dein persönlicher grad der erregung hängt davon ab wie empfindlich diese beiden systeme also diese sys und sess werte sind die du hast emily dagoski nimmt an dass jeder mensch mit einer bestimmten empfindlichkeit zur welt kommt und diese dann so weitgehend über die gesamte lebenszeit gleich bleibt und sie sagt manche menschen haben einen hohen sess wert das heißt sie sind leicht und schnell erregbar und haben aber ebenfalls einen hohen sess wert also auch die bremsen springen sehr schnell an und verhindern die erregung also woran liegt es nun wenn mein partner mehr sex als ich will warum ist es so manche menschen haben bei beiden werten eine niedrige empfindsamkeit also sowohl wenig empfindsamkeit für erregung aber auch wenig bremsen und das führt am ende dann tatsächlich zu durchschnittlich viel sex das kann ein grund sein warum dein partner oder deine partnerin mehr sex möchte als du oder warum du mehr sex möchtest als deine partnerin oder dein partner und natürlich kann es auch sein dass eine der beiden werte höher ist als der andere also hohe erregbarkeit bei kleiner bremse führt dazu dass ein mensch eben sehr viel sex haben möchte geringe erregbarkeit mit einer sehr empfindlichen bremse wird dann dazu führen dass der mensch wahrscheinlich wenig sexuelle erregung spürt also diese kombination ist nur bei wenigen menschen der fall kann aber ein grund für sexuelle unlust sein die meisten menschen wenn mir die nagoski nimmt an über 90 prozent haben so einen mittleren sys und auch sess wert und nur wenige liegen tatsächlich außerhalb dieser norm haben männer oder frauen mehr lust laut emily nagoski besteht der unterschied zwischen männern und frauen darin dass männer tendenziell einen höheren erregungswert haben und frauen tendenziell einen höheren bremsenwert häufig wird angenommen sexuelle unlust sei bei frauen ja generell größer das stimmt aber so nicht weil der unterschied innerhalb der gruppen ist viel größer als der unterschied zwischen männern und frauen im durchschnitt insgesamt können wir sagen es gibt ja eine große vielzahl an sexuellen temperamenten also frag 100 frauen wie oft sie gern sex haben wollen und du hörst alles zwischen nie und fünf oder zehn mal am tag grundsätzlich es ist wichtig zu wissen beide systeme arbeiten getrennt voneinander es kann also durchaus sein dass antörner und abtörner gleichzeitig da sind das kennst du bestimmt auch also du spürst in dir lust aufstehen und dann passiert eine kleinigkeit das telefon klingelt oder haben dein partner sucht ewig nach dem kondom und die erregung ist wieder weg das hat dann was damit zu tun wie empfindsam seine bremsen sind ja und auf welche signale sie gelernt haben zu reagieren wie bekomme ich mehr lust dafür ist es nützlich dass du deine sis und ses werte kennst um zu verstehen wie du persönlich funktionierst aber und jetzt kommt noch etwas dazu und zwar sind nicht nur diese bremsen und das gaspedal verantwortlich für deine erregung sondern ganz entscheidend auch der kontext in dem du gerade signale wahrnimmst und der kontext wird bestimmt durch die äußeren umstände also durch deine innere gemüts verfassung kann man auch als äußeren umstand verstehen und deine gehirn zustände also jetzt mal ein paar beispiele dafür wie ja wie der kontext einfluss auf deine sexuelle lust hat wenn dich zum beispiel dein freund kitzelt während ihr gerade zeit im bett verbringt ja ihr miteinander schmust dann ist es für dich möglicherweise ja ein sexuell relevanter reiz wenn er dich aber dann kitzelt wenn du dich gerade fertig machst weil du termin hast du bist gestresst dann nervt dich das kitzeln vermutlich dass der gleiche reiz aber eine komplett unterschiedliche wahrnehmung ein weiteres beispiel ist der körpergeruch es gibt momente da liebst du vielleicht den achselschweiß deines partners und es gibt momente wo du denkst du bitte geh dich mal waschen also gleicher geruch andere wahrnehmung klassisch am anfang von der beziehung freust du dich über die lustigen marken wo von dem anderen ja später bist du genervt gleiche macke unterschiedliche wahrnehmung was hat sich verändert dein kontext hat sich geändert was du im bett also gerne magst das ändert sich also je nach den äußeren umständen und deiner inneren verfassung und je besser du dich darin auskennst umso eher kannst du auch einfluss auf den kontext nehmen und ihn langfristig so gestalten dass du besseren und erfüllenderen sex erlebst sexuelle unzufriedenheit kann also gelöst werden und dafür ist es enorm wichtig dass du dich selbst besser kennenlernst und darüber mit deinem partner kommuniziert jeder mensch kann seine potenziale in diesem feld heben oder um es mit emelie nagoski zu sagen du bist einzigartig mit echten potenzial zur großartigkeit wenn du also mehr ekstase in dein leben einladen willst dann ist es deine aufgabe kontext zu erkennen in denen dein gehirn die welt als einen sexy ort wahrnimmt und du darfst lernen diese kontexte herzustellen so was ist dein persönlicher sex positiver kontext finde es heraus im richtigen kontext kann sexualität das schönste sein dass ein mensch erleben kann es kann uns an unsere partnerinnen binden und mit glücks chemikalien mit glückshormonen überfluten tiefe biologische bedürfnisse befriedigen und uns auch in spirituelle höhen katapultieren und im falschen kontext kann sich sex buchstäblich anfühlen wie sterben und genau deshalb ist die entdeckungsreise in die welt der sinnlichkeit so überaus lohnend wenn du mehr über sexualität lernen möchtest dann abonniere unseren kanal und trag dich in unseren newsletter ein